die energie sich nicht leisten können aber natürlich auch eine schöne geschichte diese diese tage gehabt wir können einmal friere für die freiheit man kann ja so mein haben aber ausgerechnet jemand wie gauck mit einem solchen satz rauskommen das hat schon was ich meine unsere ex-bundespräsidenten sind nur auf rosen gewählt 1,5 millionen euro pro jahr und das ist stand 2017 geht für den ex-bundespräsidenten drauf an nebenkosten also hier die drei noch lebende köhler gauck und wulf kosten zusammen 1,5 millionen euro 400.000 für ehrensoll sogar in Ruhebezüge und das kriegen sie also das kriegen die zusammen für 400.000 euro bekommen die wir zusammen als ehrensoll kann man sich ausrechnen wie viele pro person ist und ja und dann natürlich die nebenkosten so für ihr personal ihre reisen ihr büro ihre heizung das sind dann noch mal allein nur für den herrn gauck 400.000 euro so sagt es der tagesspiegel übernehmen die zahlen ich habe das nicht nachgerechnet ich übernehme das hier einfach mal also mit 400.000 euro für die nebenkosten ich glaube der herrn gauck wird nicht der sein der da mal fieren wird wir können einmal fieren damit meint er wir alle aber nicht er und ich mich übrigens auch nicht ich werde auch nicht fehlen mir geht es auch nicht darum das anzugreifen dass er auch hier ausgestattet ist dass wir hier ordentlich finanzen bekommen die frage will ich gar nicht diskutieren ob das gerechtfertigt ist oder nicht das ist vollkommen okay der mann wird das verdient haben der hat seine arbeit gemacht und er bekommt sein geld darum geht es mir gar nicht gar keine neidepartie anfangen aber mir geht es darum ich würde einen teufel tun jetzt sagen wir müssen jetzt mal fehlen wohl wissen dass ich nicht fehlen werde ja aber die menschen da draußen die rentner da draußen die nicht wissen wie sie normalerweise schon über den monat kommen sollen die werden es sein die über den winter die heizung unterdrehen weil sie die heizkosten sparen müssen die werden es sein die fehlen nicht herrgau also wir ist der falsche ausdruck wahrscheinlich ärger dass ich mich selber dörren muss auch ansprechen um das auch zu sensibilisieren dass man da ein bisschen vorsichtig sein sollte man sagt ihr müsst mal fehlen für die freiheit klingt natürlich auch nicht so schön